Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten der Ahlilm um? Wie gehen wir mit diesen Meinungsverschiedenheiten um? Grundsätzlich hat sich der Laie in einer gewissen Weise da rauszuhalten, also er muss Distanz halten. Aber es geht mir nicht darum, es geht mir nicht um diese Distanz. Nehmen wir mal an, ein Laie präferiert die Meinung von Fulan und Allan und nimmt diese Meinung und handelt danach. Wie sollte er jetzt eingestellt sein in Bezug auf den Khilaf, auf andere Meinungen der Ahlilin? Und das ist wichtig aus folgendem Grund, weil es ist tatsächlich so, dass seit dem Jahr 1300 ungefähr, nach der Hijra, sich die Methodik im Umgang mit dem Fiqh etwas verändert hat. Die Methodik und der Umgang mit dem Fiqh und den Meinungsverschiedenheiten im Fiqh, das hat sich etwas geändert. Wir vergleichen, wir schauen uns mal ein paar Aussagen der Ahlilm an, wie sie das so sahen. Ihr wisst, wer ist der Autor des Buches Al-Muatta? Al-Imam Malik ist der Autor des Al-Muatta im Hadith. Das ist einer der ersten Hadith-Bücher, die noch erhalten sind, die verfasst worden sind. Warum hat er es verfasst? Naam, das war Al-Mansur im Auftrag von Al-Mansur hat er dieses Buch verfasst. Das ist ein Hadith-Buch, richtig? Das ist ein kleines Hadith-Buch zu verschiedenen Thematiken. Ibn Malik erzählt selbst folgendes. Ich erzähle diesen Vorfall, da mache ich kurz Pause. Al-Imam Malik erzählt folgendes. Er sagt, als Al-Mansur zum Hadith gekommen ist, hat er mich kommen lassen zu sich. Ich ging zu ihm, unterhielt mich mit ihm und er fragte mich einige Fragen, die ich ihm beantwortete. Daraufhin sagte er zu mir, ich habe mich entschlossen, dieses Buch Al-Muatta, was du geschrieben hast, das vervielfachen zu lassen, Kopien anfertigen zu lassen und diese in die islamischen Ländereien auszuschicken und ihnen aufzutragen, nach diesem Buch zu handeln. Also sozusagen gesetzlich, sie gesetzlich dazu verpflichten, nach der Muatta von Al-Imam Malik zu gehen. Al-Imam Malik sagte, ich sagte zu ihm, tu dies nicht. Übrigens, nicht immer, wenn einer der Muhaddithun ein Hadith erwähnt in einem Buch, muss es auch heißen, dass er, dass seine Fatwa entsprechend dieses Hadith geht. Es kann nämlich sein, dass er der Auffassung ist, dass diese Überlieferung im Konflikt steht mit Belegen, die für ihn stärker sind, schwergewichtiger sind. Und dann lässt er diesen und richtet sich nach etwas anderem. Das ist durchaus möglich. Deswegen kannst du nicht sagen, wenn, ja, beispielsweise irgendein Sachverhalt, ja, aber er hat doch den Hadith hier in seinem Buch erwähnt. Also muss das seine Auffassung sein. Das ist nicht der Fall. Wir sehen es bei Al-Imam Malik selbst. Ihr kennt den berühmten Hadith, der in den Sahihain überliefert worden ist, wohin der Prophet sallallahu alaihi sagte, Al-Bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa Die Käufer und Verkäufer, Käufer und Verkäufer haben ein Widerrufungsrecht, solange sie nicht voneinander oder solange sie nicht auseinander gehen. Das heißt, wenn jemand von euch mit jemandem etwas einen Handel betreibt und solange ihr am Geschäftsort seid in dieser Sitzung, der Vertrag ist abgeschlossen, du hast die Ware übergeben, den Preis genommen und dann sagst du, ich möchte doch nicht. Möglich? Kann man das wieder widerrufen? Nach der Mehrheit der Gelehrten Naam und das ist die Bedeutung des Hadiths. Solange sie in ihrer Sitzung sind, haben sie ein Widerrufungsrecht. Al-Imam Malik war aber nicht der Auffassung. Und dann kam jemand zu ihm, jemand kam zu ihm und fragte ihn, Warum hast du diesen Hadith in deiner Muatta erwähnt, wenn du dich nicht nach ihm richtest? Weißt du, was er gesagt hat? Aber es wird erwähnt, dass er dann sagte, damit der Unwissende deinesgleichen weiß, damit er weiß, damit er nicht denkt, ich kannte diesen Hadith nicht. Das heißt, ich habe ihn bewusst, ich habe bewusst nicht danach gehandelt, weil ich andere Belege habe, die im Konflikt damit stehen, die für mich schwerwiegender sind, entweder in der Menge oder irgendwie anders authentischer sind. Das heißt, einen Text zu erwähnen bedeutet nicht, daraus zu schlussfolgern, dass das unbedingt seine Auffassung hierin sein muss. Er sagte dann zu Al-Mansur, tu das nicht, tu dies nicht. Also mach das nicht gesetzlich verpflichtend, verbindlich für alle nach der Muatta zu gehen. Und warum sollte er das nicht machen? Er sagte Folgendes. Er sagte, die Menschen haben verschiedene Auffassungen zugeführt bekommen. Die Menschen in den islamischen Territorien sind zu ihnen verschiedene Sahaba gegangen. In Scham waren diverse Sahaba, in Kufan, Basra waren andere, in Medina und Mekka waren andere. Und jeder dieser Sahaba hat etwas mitgebracht. Und durchaus verschiedene Auffassungen an sich. Und die Tabi'un dort wurden geschult von diesen Sahaba. Und haben ihre Auffassungen übernommen. Und auch die Madaib sind so entstanden. Jeder Madaib führt zu einer Gruppe von den Sahaba des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zurück. Und sie haben verschiedene Auffassungen. Er sagt, sie alle haben genommen, was zu ihnen geführt wurde, danach gehandelt und zu jenem aufgerufen. Es sind verschiedene Auffassungen der Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und andere, ja an der Tabi'un. Sie von dem abzuhalten, abzubringen, was sie glauben, hier ist gemeint ja an die Fata'a und die Auffassung, die sie haben, ist schwer, etwas Hartes, nicht Akzeptables. Lass die Menschen und ihr Ding, lass es bei dem, was die Landesbewohner für sich ausgesucht haben. Wir haben eben die Aussage des Imam Malik, in Bezug auf die, ich nenne es die Relativität des Fiqh. Das heißt, dass der Fiqh in den subtilen, detaillierten Fragen eine relative Sache ist. Und diesen Fakt sehen wir auch bei den anderen A-Imma des Fiqh und des Islams. Wir sehen es zum Beispiel bei Al-Imam al-Shafi'i. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. An einer Stelle spricht er über die verschiedenen Formen der umstrittenen Eheverträge. Es gibt umstrittene Eheverträge. Das heißt, die Ahle sind sich uneinig darüber. Ist so ein Vertrag? Ist er rechtsgültig? Ist er wirksam? Ist er unwirksam? Und das Interessante ist, bevor wir zu der Aussage des Al-Imam al-Shafi'i kommen, dass die Gelehrten, also wir können es so sagen, wir haben zwei Formen von, wenn wir das jetzt aus einer bestimmten Perspektive betrachten, sagen wir, wir betrachten das Ganze mal aus der Perspektive des Ahmadi ibn Hanbal oder des Hanbalitischen Faqis. Für ihn gibt es zwei Formen, deren nicht wirksam, rechtswirksam Eheverträge. Eine Form, das ist die unumstrittene, unwirksame Ehe. Ungültige Ehe. Und dann gibt es eine andere Ehe, die er für sich zwar selbst als unrechtswirksam sieht, aber ihm ist bewusst, dass es andere immer gibt, die das anders sehen. Und aus diesem Bewusstsein her haben die Fuqaha zwei Bezeichnungen entwickelt. Also zwei Bezeichnungen für Formen der Verträge, die nicht rechtswirksam sind. Die einen nennen sie ein Nikahul Batil. Das Wort Batil, sagt euch was? Nein, man benutzt das Wort Batil meistens so für, das ist so eine Steigerung, so eine sehr intensive Form für etwas Falsches, nicht Richtiges. Oft wird es im Gegensatz gestellt zu dem Begriff Al-Haqq, die Wahrheit. Sagt, der Haqq ist gekommen, das ist im Koran, und der Batil ist fort. Meshi, das ist also eine Form der Ehe, die unumstritten nicht legitim ist, wie zum Beispiel, dass man fünf Frauen heiratet. Es gibt übrigens, es gibt einige, die waren der Auffassung, dass man neun heiraten darf, neun Frauen, aber diese Auffassung hat keine Gültigkeit. Das ist also, das ist nicht der Khilaf, diese Meinungsvielfalt, die geduldet wird. Wir müssen verstehen, wir müssen das Volk verstehen. Wenn wir davon sprechen, dass man im Virk etwas toleranter sein muss, und dass die Meinungsvielfalt etwas Positives ist und etwas geduldet wurde, das bedeutet natürlich nicht, dass man die Türen für alles öffnet. Es muss einen gewissen Rahmen haben. Solange es in diesem Rahmen bleibt, ist es okay. Solange es den Rahmen verlässt, ist es nicht mehr okay. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Können wir uns darüber streiten, ob der Koran 114 oder 115 Zoren hat? Das geht nicht. Dieser Khilaf, sowas wird nicht geduldet. Darüber können wir uns nicht streiten. Aber es gibt Dinge, über sie kann man streiten, über sie kann man verschiedene Auffassungen haben, und das wurde geduldet. Wir reden über solche Sachen. Al-Imam al-Shafi'i erwähnt jetzt diverse Formen der umstrittenen Eheverträge. Und einige Formen, die er erwähnt hat, sind tatsächlich nur von Minderheiten erlaubt worden. Also das sind nicht so Sachen, wo man sagt, hier gibt es einen starken, großen, enormen Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten. Wir haben zwei Lager, die einen erlauben das, die einen verbieten das. Er erwähnt teilweise Formen, die wirklich nur von Minderheiten erlaubt worden sind. Oder erwähnt die Sache al-Dinaru bi-Dinarayn yadam bi-Yad. Al-Dinaru bi-Dinarayn yadam bi-Yad. Ihr kennt den Zins. Der Zins ist verboten, oder nicht? Zins verboten? Das ist eine unumstrittene Angelegenheit, das nennt man al-Qat'i. Etwas, was definitiv verboten ist. Und sie sagen, der Handel ist doch gleich wie Riba. Also der Riba, der Zins ist doch nur eine Form des Handels. Und dann sagt Allah Ta'ala Und Allah Ta'ala hat jedoch, hat Allah den Handel erlaubt und den Riba verboten. Das heißt, der Zins ist nicht gleich Handel. Aber es gibt diverse Thematiken, über die die Fouqaha streiten. Ist das überhaupt? Gehört das zum Zins oder nicht? Das heißt, die Frage ist nicht, ist der Zins erlaubt oder verboten? Darüber streitet keiner der Fouqaha. Und wer behauptet, wer sagt, wer das so aussagt, Zinsen sind erlaubt im Islam. Zinsen sind erlaubt, Zinsen sind legitim. Das ist Kufr. Das ist ein Abtritt vom Islam. Denn der, der leugnet und bestreitet, steht konträr zu einer expliziten, definitiven Aussage. Allah Ta'ala sagt, der Riba ist verboten. Und er sagt, der Riba ist erlaubt. Das ist ein Abtritt vom Islam. Aber wenn er sagt, die Fouqaha sagen beispielsweise, diese Form von Austausch, ist das überhaupt? Fällt das zum Zins oder nicht? Und er sagt, nein, das fällt nicht zum Zins. Es ist für mich erlaubt. Hat er dann den Riba erlaubt? Kann man sagen, er hat den Riba erlaubt? Wer so mit diesen Sachen umgeht, der hat ein Problem. Der ist ein bisschen zu oberflächlich. Man muss nicht nur an der Oberfläche rumkratzen, man muss ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, um zu verstehen. Wer etwas erlaubt, weil er sagt, das ist kein Riba, der hat nicht den Riba erlaubt. Ein Beispiel dafür. Imam Shafi erwähnt ja eine Auffassung, die ausgestorben ist. Diese Auffassung, von der er redet, ist ausgestorben. Also es gibt niemanden mehr, der das verfechtet oder diese Auffassung hat, aber er erwähnt sie. Weil Ibn Abbas diese Auffassung hatte. Abdullah Ibn Abbas war der Auffassung. Und man sagt, er ist zurückgetreten davon, von dieser Auffassung. Der Zins wird im islamischen Verständnis, also in der islamischen Rechtsprechung in zwei Gruppen eingeteilt. Es gibt einmal den sogenannten Zeitzins. Und es gibt einmal den typischen Zins, den wir kennen. Das nennen sie Riba al-Fadl in der arabischen Sprache. Das ist das typische, was wir kennen. Ich gebe dir 10 Gramm Gold und du gibst mir dafür 20 Gramm Gold. Heute oder morgen. Das ist eine Form von Zins. Das ist Zins. Oder die Schulden. Das kennen wir auch als Zins heute, wenn wir davon reden, im Kredit. Jemand leiht dir 1000 Euro. Oder sagen wir, lassen wir mal die Euros weg. Jemand leiht dir 10 Gramm Gold. Und du musst es ihm nach einer Woche wieder aushändigen. Und du gibst ihm da aber 15 Gramm zurück. Das nennt man Riba al-Fadl. Weil hier die Menge nicht identisch ist. Der Zeitzins bedeutet, es gibt diverse Waren, die müssen unbedingt sofort in der Handlungssitzung ausgetauscht werden. Das heißt, da gibt es nicht geben oder nehmen und nach einer Woche geben. Die müssen sofort in der Sitzung ausgetauscht werden. Ein Beispiel dafür. 10 Gramm gegen 10 Gramm erlaubt. 10 Gramm Gold gegen 10 Gramm Gold erlaubt. Zins ist ja aus einer gewissen Perspektive kein Zins. Also von der Menge her betrachtet gibt es hier kein Zins. Aber er gibt ihm 10 Gramm Gold und sagt, du bekommst die 10 Gramm Gold nach einer Woche. Das ist Zeitzins. Das nennt man Riba al-Nasiyah. Das wäre nicht erlaubt. Das ist auch eine Form von Zins. Und dieser Zins ist unumstritten unter den Ahlen. Dieser Zeitzins ist unumstritten unter den Gelehrten. Das ist eine Sache des Konsenses. Das gilt aber nicht für jede Ware. Nicht damit jemand mich missversteht. Also wenn ich ein Handy kaufe von jemandem. Und ich nehme das Handy und sage ihm, ich zahle den Preis nach einem Monat. Ist das möglich? Kein Zeitzins? Warum nicht? Das ist eine interessante Sache. Die Zins, ich nenne sie mal die Zinsgüter. Zinsgüter. Zinsgüter, also alles, was alle Waren in der Zins vorstellbar sind. Also aus der chariatischen Perspektive. Handys gehören nicht dazu. Handys sind keine Zinsgüter. Kleidung sind keine Zinsgüter. Das heißt, ich kann ein iPhone gegen 10 iPhones tauschen oder nicht? Ein iPhone des gleichen Modells kann ich gegen 2, 3, 4 tauschen, ist kein Zins. Weil Handys keine Zinswaren sind. Versteht ihr das oder nicht? Ich kann euch jetzt nicht erklären, warum das so ist. Das Zins-Thema ist übrigens eines der kompliziertesten Thematiken im Firg. Die Thematik des Zinses und seine Details sind eine extrem komplexe Thematik. Daher gibt es in den Büchern des Firg ein Kapitel für sich selbst. Ein Kapitel. Normalerweise könnte man den Zins unter kaufen, verkaufen und so erwähnen. Richtig? Weil der Zins fällt ja meistens bei derartigen Abkommen oder Handelsformen. findet er statt. Aber die Fuqaham haben dafür ein separates Kapitel gemacht. Getrennt, noch mal isoliert. Bar-Riba. Einfach aus dem Grund, weil es komplex ist und sehr umfangreich ist. Aber wie dem auch sei, es gibt diverse Formen. Da sind sich die Ahle uneinig, ob das zum Zins gehört oder nicht. Schafi erwähnt jetzt diese Formen des Zinses in Anführungsstrichen. Zins für mich, wenn ich das beispielsweise aus meiner Perspektive für verboten sehe. Für die anderen natürlich nicht. Er erwähnt also Formen der Ehe, die für ihn nicht legitim sind. Formen des Handels, die für ihn nicht legitim sind. Und dann sagt er folgendes. Er sagt, Der Mufti, also der den Leuten die Fatwa nach diesen Auffassungen gibt. Und der, der danach handelt. Das kann der Mufti selbst sein. Kann aber auch der sein, der ihn gefragt hat. Richtig? Also jemand fragt den Mufti und er sagt ihm dann, Mach dies oder mach dies nicht. Erlaubt, nicht erlaubt. Und er handelt dann danach. Und Schafiri sieht das als verboten an. Nicht als Makrur. Er sieht das als verboten an. Ist dieser Mann jetzt unbescholten? Ist er unbescholten? Also wird er dadurch zu einem Fasir? Wird er dadurch zu einem Fasir? Akzeptiert man seine Zeugenaussagen? Kann man ihn als einen unbescholtenen, akzeptablen, vertrauenswürdigen Zeugen nehmen? Weil, wie ihr vielleicht wisst, ein Zeuge, nicht jeder kann herspringen und seine Zeugenaussagen vor Gericht bringen. Zumindest in der islamischen Vorstellung ist das nicht so. Ein Zeuge braucht diverse Qualitäten. Denn es geht hier um Rechte. Eine Zeugenaussage kann zu einer Bestrafung führen. Es kann zu einer Entrechtung führen. Dass jemandem etwas genommen wird, was er eigentlich für sein Recht hält. Dass jemand für etwas bestraft wird. Das heißt, Zeugenaussagen, da kann nicht jeder Hans und Franz herkommen und wird als Zeuge eingeladen. Er muss Qualitäten haben. Er muss vertrauenswürdig sein. Er muss unbescholten sein. Also unbescholten heißt, dass er gesellschaftlich betrachtet ein tüchtiger Mensch ist. Er ist bekannt dafür, dass er sich an seine Pflichten hält. Er ist bekannt dafür, dass er sich den offensichtlichen Verboten enthält. Also es gibt nichts, was ihn irgendwie bemängelt. Das ist der, der als Zeuge akzeptabel ist. Drei Echafiri sagt jetzt, seine Zeugenaussage wird akzeptiert, weil er sich dadurch nicht zum Fasig macht. Er wird dadurch nicht zum Freibler und zum Sünder, wenn er nach der Fatwa beispielsweise der Maliki handelt in dieser Sache. Drei Echafiri sagen wir, er hat das Verbotene erlaubt. Das erlaubte Verboten kann ja auch umgekehrt sein. Kann ja auch in die andere Richtung gehen. Er sagt und man sagt über ihn nicht, dass er das Verboten erlaubt hat oder das erlaubte Verboten hat. Warum? Denn wir finden unter den renommierten Gelehrten solche, die dementsprechend ihre Rechtsauskunft erteilen. Und wir finden Leute, die das überliefern. Und wir finden Leute von den renommierten Persönlichkeiten, die danach handeln. Mech, Al-Imam Ahmed. Al-Imam Ahmed wird fälschlicherweise, ich weiß nicht warum das sich so unter den Massen verbreitet hat. Al-Imam Ahmed wird unter den Rechtsgelehrten meistens dieses Bild gegeben von dem, wie nennt man das so? Von dem ganz Extremen, der Extremste unter den Rechtsgelehrten. Das ist aber nicht der Fall. Auch Imam Ahmed war in dieser Sache eingestellt wie alle anderen Fuqaha. Er sagte zum Beispiel Es ist nicht angebracht für den Faqih, dass er den Menschen seinen Madhab anzwingt. In den umstrittenen Sachen. Und wenn der Imam Ahmed sagt, Er benutzt hier das Wort Die Rechtsgelehrten der Hanawiler sagen, das bedeutet meistens Jahrom. Jahrom. Also es ist verboten. Taib. Al-Imam Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id sagte, Die Leute des Wissens sind Leute der Weite, also des breiten Horizonts. Seit jeher haben die Muftun, Muftun ist die Mehrzahl von Mufti, Meinungsverschiedenheiten, dieser erlaubt und dieser verbietet, dennoch kritisiert, weder dieser jenen, noch jener diesen. Taib, das sind einige Aussagen, das reicht. Was ich damit aber vermitteln möchte, ist einfach diese totalitäre Einstellung, die wir heute vermittelt bekommen im Fiqh, das ist nicht akzeptabel. Da gibt es ein Buch über das Gebet des Propheten. Und da steht in der Einleitung, in der Einleitung dieses Buches steht, und weil dieses Buch die verbürgten, authentischen Sunnan und Ahadith über das Gebet nennt und festhält, ist es niemandem erlaubt. Es ist niemandem erlaubt, entgegen der Eigenschaft oder der Art und Weise des Gebets, wie sie in diesem Buch festgehalten ist, zu beten. Vergleich diese Aussage, diesen Standpunkt, mit dem Standpunkt der Erinnerung. Dann wirst du sehen, da ist etwas anders. Jemand, der in unserer heutigen Zeit ein Thema thematisiert und ein Buch dazu schreibt, was die Fuqaha bis ins Detail ausgearbeitet haben, da gibt es nichts mehr, was man neu hinzufügen kann. Besonders das Gebet, stellen wir vor, das Gebet haben die nicht gekannt, oder wie sieht es aus? Das Gebet ist eine der offensichtlichsten, alltäglichsten Handlungen, die die Muslime praktizieren. Und deswegen gibt es bei den Muslimen auch keinen Khilaf, niemals. Selbst in den unwissendsten Kreisen und Ländern gibt es da eine, sind sie sich da uneinig, dass das Gebet beispielsweise aus Qiyam, aus dem Stehen, Rukur und Sujud besteht? Oder dass es fünf Gebete am Tag sind, nicht sechs und nicht vier. Diesen Khilaf gibt es nicht. Wisst ihr warum? Warum gibt es das beim Gebet nicht? Weil das Gebet eine der offensichtlichsten Riten ist, die die Muslime seit Jahrhunderten praktizieren. Die offensichtlichsten Sachen. Und man sieht das ja, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Der Adan wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Leute lernen das. Es gibt in diesen Sachen keine großen Meinungsverschiedenheiten. Jetzt ist es dann möglich und akzeptabel, dass jemand dann heute ein Buch schreibt und behauptet, mit diesem Buch ist die Sache jetzt für einen allemal geklärt. Das ist beendet. Es ist nicht sehr realistisch. Da ist es dann auch mit dem Lebenum. Also, ich bin sicher.